Willkommen zurück. Bacon ist wieder Dave. Ich habe gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Bitte danke. Also ein positiver Typ. Die Halskette okay. Okay das ist halt der Fakt ja. Necklace also Kette oder Halskette. Ein mysteriöse Power. Okay. Äh. Und du weißt. Äh. Das ist gefährlich. Ah. Das ist. Okay. In any case 12 oder 1st. Okay. Was kriege ich? Was kriege ich? Was kriege ich? Was kriege ich? Okay. Alles klar. Äh. Able in the Diverbox. Okay. Alles klar. Müssen runter. Ich muss auch noch White Jelly irgendwas besorgen. Okay. Alles klar. Müssen runter. Ich muss auch noch White Jelly irgendwas besorgen. Alles klar. Und Tag Daft first. Okay. Daft pink der Reveal. Ein Charm. Ah. Hier kann ich jetzt ausrüsten. Ich hätte gerne. eine. Nee. Sachen schlafen legen. Aber ich hätte gerne dich. Okay. Was macht das? Survive. Und dann. Running out of oxygen. Okay. Okay. Ah. Hier ist das Zeug. Was ich so. Los. Ah. Okay. Haben wir. Steakrab ins Salz. Okay. Aber erstmal. Neue Bilder angucken. Ah. So. Wie im Wahnleben. Nicht angucken. Einfach machen. Okay. Was haben wir hier? Ist hier auch was Neues? Oh. Ich darf anrufen. Kann man ja. Kann man ja was abgeben. Jetzt. 20 Research Points. Tidim. New. Von Braunfisch. Aber ich soll. Irgendwie auf ihn mal ein neues Messer machen. Nee. Ich muss Geld sparen. Ich muss den Koch engagieren. Call. Ich soll Duff anrufen. Ich ruf mal Duff an. Ja. Ja. Was ist das tun? Äh. Warum bist du so ehrlich? Was? Äh. Ich habe die Limitisierung von Li Shen Figuren geordert. Okay. Aber ich bin noch nicht angekommen. Vor über einer Woche sollte er nicht angekommen sein. Okay. Jetzt wird die Seriennummer. Äh. Limited Edition Only Art. Okay. Okay. Aber wird okay. 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 Und ich brauche eine Deep-Sea-Headland. Oh. Natürlich. Ähm. Ich bin im Safe-Store. Aber ich kann es nicht geben. Ja. Ist ja klar. Und ja. das Ding. So. Wir brauchen nur Sea Grape. Dairy Puffer. Ich hoffe ich habe das im Radar. Oh. Jetzt müssen wir erstmal Zeug suchen. Ich habe die gemacht. Nein. Ich kann ich die sehen. Äh. Nein. Sea Grape. Wie sieht Sea Grape aus? Ja. Oh. Das ist gut. Das ist gut. Brauche ich Handschuhe? Salz. Das kommt. Oh. Ich kann bestimmt eine Bombe reinbauen. Pfff. Mayonnaise. Die ich nicht so anders unter Wasser finde. Ey. Guck. Koppel. 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 Koppel benötige ich gerade nicht. Gut. Ich brauche noch Salz. Wieso muss ich die Kochpötte finden? Gift. Gift ist gut. Oh ja. Endlich. Koppel. 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 Zeug mit dem wir zu zumüllen erstmal, was wir nicht benötigen. Ich brauche trotzdem ein Kochbott. Wir suchen erstmal hier alles ab. Nee, Schockerbühne finde ich nicht geil. Ink-Deliverbox, die garantiert unten irgendwo rumhängen. Aber ich brauche trotzdem Salz. Geißer Schwertfisch. Oh, hier gibt es eine Waffe. Great. Ich möchte dich aber nicht haben. Überraschung. Kito. Hier ist er. Die Bomben, die Kräfte von der Spitzen, der St inclin Susse ist in der Umgebung. hier ne ich möchte aber keinen Schock haben hier müssen wir erstmal ausschauen oh ja mein Traum da ist das Kochbott miso ja komm na komm naja ich lass ihn noch liegen lass ihn heil euch mal heil sein oh nein oh nein 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 in See gefischt. Oh, hier ist Graeme. Na, Mann. Na, Mann. Gucken wir mal, das war jetzt. Äh, ich glaube, ich nehme Sauerstoff mit. Okay, wir haben Schale. Warte. Ja, ich habe noch einen Schale. Ja, ich habe noch einen Schale. Ja, ich habe noch einen Schale. Ich hab alles auf das Ding. Den habe ich hier. Können wir laden? Das muss ja irgendwo noch eine rosa Kiste umgeben. Ich weiß es nicht. Das Netzding kannst du mal haben. Ah, was war ich hier? Nehmen wir noch mit Kelp. Das muss ein Detail sein. Intains, ne. Los haben. Den kann ich auch nicht haben. Das begreift mich auch ganz gerne an. Feuerhappen ist geil. Wow. Okay, dann haben wir erstmal die Ingredienzien für den VIP-Guys. Jetzt müssen wir nur noch das rosa Paket finden. Was könnte der denn sein? Ehh nichts mehr aufnehmen. Vielleicht führen wir das beim nächsten Tauchgang. Mal werden wir ihn noch runter. Die Flammeabrunen ist ähh geil. Die können öfter spawnen. Je nach da. Warte mal einen Tauchgang noch. Ich bin erhofft nur, dass wir das rosa Paket finden. Bei meinem Glück liegt das gar so nicht. Wir werden es rausfinden. Wir werden es einfach rausfinden. Jawoll. Ja. Na? Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, okay. Hätten wir das. Ähm, können wir was machen. Enhance. Echo Watcher. Das können wir abgeben. 20 Research Points. Uh, Level 2. Echo Welt Braceless. Aha. Wo krieg ich das her? Kann ich das kaufen? Das ist neu. Rewards? Okay. Oh, cool. Oh, cool. Kommt ich halt nicht auf echt. So, High Diver. Der war. Alles. Ich hab ja schon alles angeguckt. Ach da. Arm Nummer 2. Wär ich equipt. Okay. Aha. Sonst noch was? Reliweb. Ich könnte auch eine bessere Reliweb gebrauchen. Okay, wir gehen runter. Wir brauchen eh noch Kutaten. So, jetzt brauche ich mich noch effektiv. Auf dem russer Paket ausschauen. Ah ne, dich will ich nicht. Wo war denn jetzt das? Oh, das ist guter. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist gut. Hier war der Kochpott. Ah, auch noch Mayonnaise drin? Ne, Wein. Äh, Olivenöl. Oh komm. Das ist eigentlich eher der erleichterende Fischer. Wo man fangen kann. Das Munition. Ah, ich könnte auch eine bessere Midi-Waffe gebrauchen. Von Anfang an eigentlich gleich. Jo. Facebook konnte nicht mal mit. Ist besser als das Ei, was sie jetzt haben. Okay. Der ist aggressive. Auf der Sicht Munition. Ist das Sauerstoff? Das müssen wir uns... Sollten wir uns merken. Ah, cool. Ein Shell. Er blutet. Okay. Er blutet noch mehr. Er blutet auch. Warm. Ich wohne bei uns auf jeden Fall. Ich habe hier keine Munition. Okay. Nehmen wir dich mit. Aber wieder voller Munition. Er hat gesessen. Schön vor dem Kopf. Alter bist du schwer. Ja. So. Ein pinkes Paket. Habt ihr ein pinkes Paket gesehen? Aber. Auf jeden Fall. Eine hier einfach bei uns. Oh, ich rufe nicht. าย-auf. Das ist auch das Auto. Ich rufe nicht. Im killen. Um zu. Um zu spüren. Um zu. Um zu. Um zu. Oh, what the fuck? Ach, guck mal an. Was haben wir denn da? Das ist das pinke Paket. Okay. Nein. Nein. Was, was, was? Okay. Oh, Gott. Das Lux sieht sehr gefährlich aus. Du Heiler. Gascutter. Oh, Gott. Ich ahne Bösartiges. Equipte Bomb. Oh, Luft. Hier war es hier ein fettes Vieh von Hai. Okay, ich bin jetzt erstmal hier unten am Ende. Hier komme ich erstmal nicht tiefer. Nein, 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 nein. Nein. Ah, boah. Fuck. Haben wir doch irgendwo Luft? Hier, haben wir noch irgendwo Luft gesehen. Das ist witzig. Nein. Ich habe hier irgendwo Luft gesehen. Da. Oh, dreckiger Barracuda. Select-Item. Können wir eins aufheben. Diese dreckige Barracuda. Ich drehe durch. Oh, Gott. Das war nicht so erfolgreich. Okay. Oh, Mann. Wir haben die Luke jetzt. Okay. Ja. Okay. Nächstes Gascutter. Ich muss mich das Ding aufschneiden. Okay. Ja. Alles klar. Okay. Boah. Wie ist denn Geld dafür? Gut. Alles klar, Leute. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis denn. Ciao. Ciao.